Vegetarisch grillen Vegetarisch grillen – Tipps und Rezepte für eine fleischlose Grillparty Grillen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung im Sommer, die oft mit Fleisch und Würstchen verbunden wird. Doch auch Vegetarier können leckere und abwechslungsreiche Gerichte auf den Rost bringen, die nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren omnivoren Freunden schmecken. Hier sind einige Tipps und Rezepte für eine vegetarische Grillparty. Tipps für vegetarisches Grillen Verwende einen separaten Grill oder eine separate Grillzone für die vegetarischen Speisen, um eine Vermischung mit Fleischsaft oder Fett zu vermeiden. Reinige den Grillrost gründlich vor dem Gebrauch oder lege Alufolie oder Grillschalen darauf. Marinieren oder würzen Sie die vegetarischen Zutaten vor dem Grillen, um Ihnen mehr Geschmack und Saftigkeit zu verleihen. Verwende Kräuter, Gewürze, Öl, Essig, Sojasauce, Senf oder Joghurt für deine Marinaden. Lasse die Zutaten mindestens eine halbe Stunde in der Marinade ziehen. Wähle feste und schnittfeste Gemüsesorten aus, die nicht so leicht zerfallen oder verbrennen. Zum Beispiel eignen sich Zucchini, Auberginen, Paprika, Pilze, Maiskolben, Kartoffeln oder Süßkartoffeln gut zum Grillen. Schneide das Gemüse in gleichmäßige Stücke oder Scheiben und stecke es auf Spieße oder leg es direkt auf den Grill. Neben Gemüse kannst du auch andere vegetarische Zutaten grillen wie Tofu, Saiten, Tempe, Halloumi, Feta oder Mozzarella. Achte darauf, dass du diese Zutaten gut abtropfen lässt und in feste Stücke schneidest. Du kannst sie auch mit Gemüse kombinieren oder in Alufolie einwickeln. Vergiss nicht die Beilagen und Soßen für deine vegetarischen Grillspeisen. Du kannst zum Beispiel Salate, Brot, Couscous, Reis oder Nudeln servieren. Für die Soßen kannst du Ketchup, Senf, Mayonnaise, Joghurt, Kräuterquark oder Guacamole verwenden. Rezepte für vegetarisches Grillen Gegrillte Zucchini-Röllchen mit Feta, schneide zwei Zucchini in dünne Scheiben und mariniere sie in einer Mischung aus Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Schneide 200 Gramm Feta in kleine Würfel und vermische sie mit zwei Esslöffeln gehackter Petersilie. Lege jeweils eine Scheibe Zucchini auf ein Brett und verteile etwas Feta-Mischung darauf. Rolle die Scheibe auf und stecke sie mit einem Zahnstocher fest. Wiederhole dies mit den restlichen Zucchini-Scheiben und Feta-Mischung. Grille die Röllchen auf dem heißen Grill für etwa 10 Minuten von allen Seiten. Gegrillter Maiskolben mit Kräuterbutter Koche vier Maiskolben in einem Topf mit Wasser für etwa 15 Minuten. In der Zwischenzeit vermische 100 Gramm weiche Butter mit zwei Esslöffeln gehackter Petersilie und einem Teelöffel Paprikapulver. Schmecke die Butter mit Salz und Pfeffer ab. Nimm die Maiskolben aus dem Topf und bestreiche sie mit der Kräuterbutter. Grille sie auf dem heißen Grill für etwa 10 Minuten von allen Seiten. Gegrillter Halloumi-Spieß mit Paprika Schneide 250 Gramm Halloumi in große Würfel und mariniere sie in einer Mischung aus Olivenöl, Knoblauch, Oregano, Salz und Pfeffer. Schneide zwei rote Paprika in große Stücke. Stecke abwechselnd Halloumi und Paprika auf vier Holzspieße. Grille die Spieße auf dem heißen Grill für etwa 15 Minuten von allen Seiten.